moin und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu call of duty mobile eins vorweg klar das neue update ist da wir sprechen gleich alles durch nächste woche gibt es dann die woche über call of duty mobile wo wir alles was jetzt hier neu ist uns angucken spielen werden und spaß haben hoffe ich so eine kurze übersicht jetzt mal eben hier erstmal husten der klassiker schön dass ihr da seid so die mission in mobile mobile season one ich hasse das raubzug ist einfach gut wir lesen uns das nicht durch weil das gibt hier immer durch das ist ja übelst nervig da kriegt jeder augenkrebs von uns so es wird einen neuen modus geben ab dem vierten zweiten eliminieren beute machen verbessern siegen eine neue zeitlich begrenzter modus startet am vierten zweiten und ich glaube gelesen zu haben dass stand das hier raubzug genau das ist die neue map hasienda das ist diese hier aus call of duty blackout 4 black ops 4 und da kann man wohl so ein raubüberzug raubüberzug genau raubüberfall machen auf die villa wir lassen uns überraschen ich meine hier steht eliminieren beute machen verbessern ich bin gespannt wie der ist sehen wir dann am vierten zweiten so natürlich neue rangliste serie sorry ich hasse husten mit neuen wo ist er hin da ist er mit neuen dingsbums gucken wir uns gleich an kein thema und natürlich neuer battle pass mit makarov und eine neue pkm vergoldet werden wir uns auch gleich angucken und ich glaube diesen raubüberfall ist auch so ein bisschen makarov mäßig naja wir gucken uns das gleich an wir sehen uns gleich im spiel wieder bis gleich so jetzt das video zu dem raubüberfall raubzug ist klar interessanter skin tatsächlich auch makarov wo das ist diese die pkm ok das geht ziemlich schnell ok heißt season one ok helfen sie makarov blablabla und juri brack brattok dabei den ultimativen hasienda überfall durchzuziehen ich bin gespannt so neue wladimir makarov ach so name ja mission loot ok also es ist dann halt erfordert absolute diskussion wir müssen in hasienda halten raubüberfall machen so sieht es aus makarov die waffenkammer aus während iska den alarm deaktiviert und juri sich um die wachen kümmert alles klar also im dreierteam würde ich sagen so wie sich das jetzt hier anhört ich bin sehr gespannt erreichen die stufe 50 schneller ja genau natürlich also auch hier die battle pass belohnung gucken wir uns jetzt würde ich auch sagen direkt gleich mal an überfall durch den umleben entkommen ja genau richtig wir gehen mal auf kaufen eben nochmal auf zurück so was gibt es zu zu erspielen also makarov mit seinem skin natürlich hier eigentlich ganz nice ich glaube für br ganz nice weil einfach sehr sehr unauffällig ist eine fennec sakarov hänka sieht ganz nice aus finde ich ist jetzt keine waffe die ich übelst viel spiele ok hier so ein neues so ein neuer move ja der klassiker man kennt es wenn man den müll raus bringt hier ein schickes bildchen legendär ja nicht schlecht so was gibt es hier noch tolles hier zum zurückspulen neuer skin neuer sticker schlachtschiff sterling ass ja auch gar nicht so schlecht tatsächlich mit diesen roten dingsbums akzenten würde ich jetzt mal so sagen okay hier ist gra white chapel okay ja auch ein interessanter skin für battle royale glaube ich muss man mal sehen wenn man ihn frei gespielt hat was haben wir hier sturmball eine sphären barriere erscheint am angegebenen ort und blockiert die sichtlinie des feindes feinde innerhalb der barriere generieren keine gesundheit okay das hört sich sehr interessant an da bin ich mal gespannt cod könig naja gut sieht ein bisschen aus wie michael aber ist mir auch egal okay die neue tommy gun hier können wir frei spielen ich habe sie schon gespielt im br ich habe schon eine runde gespielt gestern nach dem update da gibt es auch einiges zu sehen wir werden also einiges erleben und ich denke auch einige runden spielen müssen um alles zu sehen ist ganz nice ist eine mp muss man mal sehen kann man mal hoch spielen was haben wir hier einen schönen rucksack mit ein bisschen money drin die ritek masterplan sieht auch eigentlich echt nice aus mit dem gedüngel was da dran ist ist eigentlich auch eine sehr sehr gute waffe gerade im battle royale sollte man vielleicht mal ausprobiert haben ähm so ajax türsteher auch ganz nice das skin ja sieht ganz nice aus ob man den jetzt spielt vielleicht mal im mehrspieler oder so so die pkm vergoldeter löwe sieht schon nice aus für mich ein bisschen zu abgespaced muss ich sagen da gibt es ja einige die das nicht so feiern ähm mission gescheitert ja cool der ist natürlich geil der sieht ja geil aus nice lustig haben wir sich was einfallen lassen äh heli ja ist für uns sowieso uninteressant ein halbwegs tolles bildchen juri ähm auch nice wahrscheinlich auch für br ähm gut geeignet sorry ich weiß nicht was das soll ähm und hier nochmal die äh tommigan in profi pistole oder wie auch immer das heißt ähm ja ganz nice alles gut sieht gar nicht so schlecht aus okay großer überfall ein schöner rahmen hier nochmal ein schickes bildchen von juri äh ganz gut gemacht so jetzt gehen wir mal in die ranglistenbelohnungen rein was haben wir denn da tolles so ein paar rahmen natürlich in der kiste diesmal befindet sich ähm rhodion infiltration ähm und ein schöner emote finde ich ganz nice gemacht hier im bilderrahmen naja gut ja geben das seine hier so ein bisschen spray ein paar waffen die pdw ja ihr wisst ja von den skins halte ich gar nicht so viel weil ähm ja macht für mich keinen sinn okay wieder so einen schönen sticker hier so ein anhänger was haben wir hier katana einsatzhunde ja auch ganz nice sieht gar nicht so schlecht aus was haben wir hier ja gut ich muss ihn ja selber wissen äh hier nochmal einen schicken bilderrahmen und ähm ein schickes bildchen mit ein bisschen ein bisschen bewegung drinnen ne ne battle royale was kriegen wir hier dieselbe kiste natürlich auch hier ein dickes bildchen erstmal autoskin hier kriegen wir dann auch ruin abrissbirne sieht echt nice aus tatsächlich aber werde ich nie benutzen ich meine wenn man in cod geld ausgibt für die ziehungen und da irgendwelche skins zieht wäre es ja doof die nicht einzusetzen weil wozu gibst du dann das geld aus ne gut viele machen es auch für die waffen aber egal ähm ja sieht auch ganz nice aus und auch hier gibt es dann ein schönes schönes banner so dann gucken wir gleich mal weiter und wir sehen uns gleich achso äh was ich noch sagen wollte hier im hintergrund seht ihr schon eine neue map keine neue sondern eine alte neue vielleicht können wir da oder wir sehen da wahrscheinlich gleich noch mal ein video und zwar genau jetzt also irgendwie die punkte verteilung bei herrschaft wer es nicht erkennt es ist die map nuketown finde ich übelst geil gemacht feiere ich äh ich bin gespannt wie die map ist ok hier geht es ja nochmal um die um die belohnungen im season im dingsbums hier br haben wir uns ja gerade schon angeguckt aber hier nochmal in offizieller version ähm ja wir sehen uns gleich vorne so ey das tut mir so leid leute ich will reden und husse es gibt natürlich auch wieder verschiedene aufgaben zu erledigen also im battle royale ähm es gibt jetzt auch wieder alcatrust die map ist wieder da hier gibt es natürlich verschiedene aufgaben wieder um verschiedene sachen freizuschalten für mich jetzt nichts atemberaubendes ähm dann hier für den raubzug gibt es wieder punkte also aufgaben wo man punkte sammeln kann wo es dann auch ähm naja naja also ist jetzt naja egal ihr wisst wie ich zu diesen skins stehe und so sieht jetzt auch nicht geil aus also werde ich die aufgabe wahrscheinlich nicht machen mal gucken wenn der modus geil ist werde ich ihn öfter spielen wenn nicht dann nicht so tiger pack ähm diese 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 dinger hier diese münzen diese tiger münzen kriegt man im battle royale modus auf jeden fall zeige ich euch dann da sind naja so große ballons die kann man abschießen dann kommt eine kiste runter da sind irgendwie so eine marke drin oder ich weiß gar nicht wie viele das sind ähm und durch abschüsse und hast du nicht gesehen ob das jetzt im mehr spiele ob man die da auch kriegt weiß ich nicht weil habe ich noch nicht gespielt nach dem update jetzt ähm naja auch hier der skin ja das naja ihr wisst ihr wisst ähm gut ich sammle diese dinger sowieso nebenbei von daher werde ich mir irgendwas gönnen oder jetzt scheiß drauf und dann natürlich comics lesen wie immer und wir gucken uns jetzt auch gleich mal den ersten comic an die erste seite bis gleich machen wir nicht weil ich habe die anderen aufgaben vergessen saisonale aufgaben so hier gibt es zum beispiel speer 2 was soll das naja weiß ich nicht brauche ich nicht mache ich nicht ähm bis jetzt erstmal nur diese aufgabe gibt es da werden natürlich welche dazu kommen ihr wisst das spielen sie drei br spiele ähm warte mal was gab es hier den hund ja pfff äh ist jetzt keine aufgabe die ich verfolge gut ich spiele sowieso br von daher werde ich es zwangsläufig freischalten ähm jetzt zum comic immer noch nicht nein es gibt natürlich wieder die tägliche mission ähm aber das ist der standard tägliche mission spielen sie mit bla 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 machen sie hier die karten verschicken hast du nicht gesehen und dieser tolle monatskalender da gibt es natürlich auch wieder ein zwei sachen zum freischalten hier ein schickes katana ähm koi oder so sah aus wie so ein koi ne naja ähm autowaffenskins naja und hier das highlight vielleicht der ähm polizeiturbobeschützer ähm moral security sieht ganz nett aus aber auch kein skin den ich jetzt unbedingt benutzen würde ähm hier vielleicht noch eine waffe ja pfff naja ihr wisst ja wie ich dazu stehe zum 8000esmal sage ich euch das gerade aber egal ähm jetzt aber zum comic so und da sind wir auch schon und gucken uns die schön gemeinten bildchen mal an es ist zeit dass wir aus dem schatten treten dass ein neuer krieg beginnt dass eine neue welt beginnt wir sind bereit oder eher fast bereit uns fehlt nur noch die position der feindlichen ressourcen die glücklicherweise die glücklicherweise alle sehen ein bisschen komisch aus bald an den höchstbietenden versteigert wird für dieses auktion für diese auktion kommen die gefährlichsten leute der welt zusammen genau hier an einem der sichersten orte überhaupt auf hacienda er wird schwer bewacht sein von der sicherheitsleuten des verkäufers und dem bodyguards der käufer ich habe einfach nicht die müde um die käufe zu überbieten stehlen stehlen ist unsere einzige option ok da der raubüberzug ich reiß mir meine käne raus mit diesem husten sorry leute echt unmöglich ich glaube mehr gibt es gar nicht zu sehen doch wir können auch mal hier bei mehr spieler reinschauen da gibt es jetzt halt diesen raubzug oh nachtmodus verbessert alles klar der nachtmodus war ja auch lange schon vor 3-4 Saisons ich weiß es gar nicht ich fand ihn gar nicht so geil aber er ist auch gar nicht so schlecht sagen wir mal so slums natürlich kannst du spielen nachtmodus werden wir also auch einmal spielen geliefert ja und halt raubzug alles klar üben das bleibt hier alles Haupt bleibt auch alles wir gucken mal in BR rein weil da gibt es nämlich da steht es nämlich Aktivität oben und Tigerpakt das heißt da auf den Maps gibt es dann diese Tigermünzen und Alcatraz ist wieder da werden wir wahrscheinlich auch eine Runde spielen ist ja ein ganz netter Modus macht eigentlich immer immer Bock ich glaube sonst gibt es nichts zu sehen haben wir irgendwas vergessen wir können auch mal in den Shop reingucken gut da gibt es natürlich die Ziehung der Battle Pass die Ziehung ja sieht immer noch geil aus ne aber ich werde es mir nicht holen ähm ja gut das kennt ihr alles Kisten da könnt ihr glaube ich selber mal nachgucken hier gibt es wieder was umsonst COD Punkte ähm naja wer Geld ausgeben möchte kann es gerne machen ich habe es ja auch gemacht paar Punkte habe ich ja noch über ähm für irgendwas werde ich es mal einsetzen wenn mal wieder eine richtig geile Ziehung kommt ich meine die mit unserem Ghost hier das war eigentlich die beste Ziehung meiner Meinung nach die es je gab weil man hat wirklich einzigartige gute Sachen bekommen ähm Kommissarex den Helikopter einzigartiger Skin bis jetzt äh gut die Waffe die Shorty ist jetzt eh nicht mein Fall war halt mit dabei und der Skin an sich auch mega geil also da hat man wirklich was für sein Geld bekommen ich meine wenn ich mir jetzt hier irgendwas angucke ja Autoscheiße Fallschirmscheiße genau den Fallschirm da gab es ja auch den Wingsuit in der Ziehung damals ähm der Skin vielleicht obwohl das auch kacke das einzige wäre die Waffe ne auch das hier der Emote ja finde ich auch kacke weiß nicht ist nicht meins also lohnt sich's nicht für mich so kann jeder für sich selber entscheiden nochmal ein Huster raus der geht an euch viele Grüße an den Huster an meine Kehle an alles was damit zu tun hat ähm schreibt's mir mal in die Kommentare husten wär ganz lustig und wir sehen uns dann nächste Woche Montag mit Call of Duty Mobile und den ganzen Neuerungen und abends wird's wahrscheinlich dann 17 Uhr also 13 Uhr Call of Duty Mobile 17 Uhr Pokémon nur schon mal so zur Info danke fürs Reinschauen ich hoffe ich hab euch alles gezeigt nix vergessen und bis nächste Woche Tschüssi Kowski Tschüssi Kowski Bis zum nächsten Mal.